Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir und MrGamesHotLFD Hallo Los gehts Ja mal zusammen Ja wieder mal Ich hoffe, dass mir auch etwas passiert, dass ich mich versprochen habe Wie bei dir in der letzten Folge Ja Ich wollte schon sagen Mario Party Weil ich gesagt Mario Party echt Deine Schuld So Heute ist Pixel eigentlich, oder? Ja Ne Die Maps Pixel Ja alles pixellig Was macht denn der? Autsch, achso Das weiß ich auch gar nicht Was macht denn der da? Ich muss das unterdrücken, um zu lachen Ah Ja Ich hab vor dem einen Spieler den Dealer nicht gesehen ey Hm Oh da kommt schon einer, oder? Oh ne ist abgehauen Äh ne ist abgehauen Äh ne ist abgehauen Ja vor allem abgehauen Ey runter gefallen, weines Aber nicht abgehauen So noch ein bisschen nehmen Und jetzt kann man los kaufen Und jetzt kann man los kaufen Was ist das? Der Türke ist da Boah, direkt vor meine Komische Name aber Okay Ich lässt ja lieber nicht um Das wäre ja blöd Was ist das? Hm Oh muss der direkt vor die Schnauze stehen Wer? Neben dir der Mann Direkt vor die Fresse von diesen Dealerinnen Das man nicht rankommt ey Und rot kommt Oh 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 Was war das für ein Leck? Sag mal Aber weg von mir Was war denn das gerade für ein Leck bei mir? Wieder Oh Oh Ich war vorhin in Lila Ich dachte deswegen Ah Oh Wir haben ja einfach weggekickt Ja ich muss Besser konzentrieren Ja Oder wir verlieren Weil vorhin war ich ja in Lila Deswegen hab ich gedacht Das sind meine Die ganze letzte Folge Ja Letzte Folge Na gut wir drohen auch Abends vorwurzieren glaube ich Ja Ich dachte der letzte Mal Vorhin Na gut Ich glaub das denn noch nicht mal 5 Minuten hergelebt ist Aber es war wirklich nicht kurz vorgelebt Ich glaub die Lücke hat mich reingeschmissen Ach komm Rot kommt Ja ich weiß Ich werd mich in die Lücke reingeschmissen Baut sie es hoch Was baut sie es hoch? Baut sie es hoch Ja schnapp baut sie es hoch Ja schnapp baut sie es hoch Das wär ja was neues Nein da ist die Lücke Ich hab die Lücke getroffen Äh Achso Geld Äh Pass auf Rot kommt Mensch Tschüssi Äh Wieder kommt es Äh ne Rot meine ich Von der Bronze aus Dahinten Oh nein Ich hab nix Ich hab auch nix Aber Wo ist denn der hier zieht Ah Scheiße Der hat es geschafft Oh ich darf nicht runterfallen Nein Ich glaub das wird ein Kampf zwischen Grün und Rieder Ich glaub das wird ein Kampf zwischen Grün und Rieder Der Kiel auch da Aha Und wo ist dieser Typ Grün Nein kann sein Das ist geiler Ich glaub ich heißt das Oh Ne der ist bei Der ist bei Gelb Ja Stimmt Ups Aua Da ist einer Oder Ja Da ist einer Oder Ja Das war der zack Das zack Das zacker Linsen Niii Oh der schmerzt die Selbstmord Naja Jetzt fehlt nur noch der gelbe Zum Baudress ist er hier Wahrscheinlich um an das Material her zu kommen Jetzt gibt ja Eisen hier Bronze Aber wo war Eis Ne Ach da haben sie jetzt Eisen gebaut Das war vorher bei uns in der Base Jetzt haben sie es auch anders gebaut Ok Gibt es wieder eine kurze Vorhine dafür Oh ja Wo ist er überhaupt der letzte Level Daaa Bei seiner Base Richtung Eis nur ungefähr Ich beobachte mal Genau Da baut sie jetzt hoch Und jetzt Schickt er runter Das wäre jetzt was Bei mir leckt es wieder ein bisschen Aber es geht Sehe Es geht Wo baut sie nach oben Hä Warum sind die Gelb Hä Ne Ne Das ist der Skin Das ist ein Skin Ein Skin Zweimal So Wahrscheinlich spielen sie zusammen So wie wir Der Gelber hat grad den Noch ein paar Blöcke geschmissen Ist klar Na Na Oh Und das war's für den Gelben Wie Das ging aber weit runter Ah Werden wir doch freunden nach Lila Nein Na ja Freund war ich in Lila Weste Also in der letzten Folge quasi Also in der letzten Folge quasi Weiß und Lila Tarp ist abgelost Und jetzt los ist mit Grün Aber Jedes Mal verkehr Ach mach dir nichts raus Es gibt schlimmeres Ja Na gut Dann werd ich mal sagen was ist mein Video für heute Und wir sehen uns das nächste Mal Tschüss Tschüssi Tschüssi T trache T T No, no, no.